One enemy remaining. This is low, this is low. My assist. No! Wie? 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 Hä? Hä? Wie macht man das? Oh scheiße, das hat an meinem Bildschirm gespritzt. Und damit herzlich willkommen meine Damen und Herren zu dem absoluten gamigsten Gaming-Video in den letzten Wochen oder Monaten. Wir schauen tatsächlich in 2024 in Valorant rein. Ich habe keine Ahnung, wer das Spiel noch aktiv spielt. Ich glaube, es ist eine ganz eingefleischte Community. Aber Leon hat mich vor kurzem gefragt, der ist auch heute dabei. Hallo Leon. Ja, Gaming! Aber Leon hat mich vor kurzem gefragt, ob wir mal wieder reingucken wollen. Ich war gerade so, ja warum nicht auch ein Video drüber machen? Why not? Weißt du? Ich bin genau auf eurem Stand. Ich weiß nicht, was in den letzten Jahren in diesem Spiel so passiert ist. Ich habe wirklich nur zur Aufnahme reingeguckt. Ich fand das dann immer irgendwie dann doch zu anstrengend alles. Aber wir schauen heute mal in ein schönes Match rein, spielen Runde, gucken was wird. Und ich sage euch, wie es ist, Leute. Es wird ein Fest. Ich bin ja gut in Shootern. Hoffe ich. Ich denke mal, hier werde ich Öl auf die Fresse kriegen. Leon, starte gerne das Spiel. Ich wische kurz mit einem schönen Tuch das Monster von meinem Bildschirm. Oha. Pass mal auf. Ja, ich habe auch, by the way, Leute, hier das ein bisschen weiter rangeholt. Denn ich habe wie ein richtiger Shooter-Spieler extra, wie so ein Tryhard, den Bildschirm ein bisschen weiter rangeholt. Ich dachte, du hättest das Sleeve angezogen. Das wäre geil, so ein Gaming-Sleeve. Ich habe den Bildschirm ein bisschen weiter rangeholt, damit ich ein bisschen auch was erkenne. Ähm, ja. Es wird geil. Geil. Was hast du dir gerade aufgeknackt? Äh, ein Hamilton. Willst du mal raten, was ich mir aufgeknackt habe gerade? Sag jetzt nicht wieder dein ekliges... Nee, ein Hamilton. Hm? Ein Hamilton, sag ich. Ich habe ein Hemi. Glaub ich dir nicht. Okay. Warum hast du dir den geholt? Weil du dich... Hat mich schlecht gefühlt. Okay, äh, ich nehme... I agree, agree. Hello, I'm not good at right. Hi! Can this be bacon? Oh. Äh, äh, I'm gonna use Brimstone. So, ich glaube, das ist fein, oder? Joa. Du kannst noch Rainer nehmen. Du bist krass aber in dem Game. Deswegen kannst du Rainer nehmen. Nimm Rainer, nimm Rainer. Nein, 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 nein. Ich nehme Brimstone. Junge, dann haben wir vier von diesen Scheiß... Ja, aber du bist gut. Weißt du, du carryst uns. Nee, nee, nee. Ich carry auch so. Ja, ich bin gespannt. Äh, die Map kenne ich ein bisschen. Ich habe die, glaube ich, doch, als sie rauskam, zwei Mal gespielt. Ich finde die aber schön. Die ist wunderschön, die Map. Ach du Scheiße. Hm? Im Gegnerteam ist eine Emerald-Spielerin und eine Platin-Spielerin. Was ist denn Emerald? Ich glaube, dass sie über... Über Platin? Aha. Also einen über Platin oder so? Ich weiß es auch nicht. Ich weiß es auch nicht. Ich sehe nur Level. Ja, ich habe so ein Overlay. Das ist so ein Overlay, womit du dir die Quoten anzeigen kannst und die Ränge von den Gegnern und von deinen Teammates. Du cheatest? Von unseren Teammates... Nein. Du hast ein Cheat-Overlay. Nein. Das ist... Nein, das ist eine Lüge. Ich habe das Spiel auch gerade frisch runtergeladen. Also... Meins ist frisch. Hier sind keine Cheats drin. Frisch. Leon cheatet aber anscheinend. Naja. Das ist eine Lüge. Nein, tue ich nicht. Das musst du wissen, ne? Ja, ich weiß. Ach du Scheiße. Ja gut, wir werden halt richtig auf die Fresse kriegen, ne? Also... Ich steune hier gar nicht in die Lobby rein bisher, also... Ja, ich auch nicht. Irgendwer lädt hier noch. Denkst du wirklich? Wer von denen ist denn krass hier? Flop-Skill? Die Viper ist crazy. Impuls. Also die... Genau, Impuls. Dann... Sor Palot ist Platin 3. Ist auch krass. Platin 3. Und Flop-Skill ist Platin 2. Ja, mein Gott. Und bei uns? Naja, also... Crispy Bacon ist Platin 1. Roman sehe ich nicht. Phoenix sehe ich nicht. Und, äh... Ja. Wir sind halt kacke. Ich war auch mal Platin. Ich war mal... Ich war noch nie Diamond, aber ich war mal Platin. Ganz zu Anfang. Ja, Platin war ich auch mal. Auch am Anfang. Aber dann ist das ganz schnell... Genau, dann ist das auch ganz schnell bergab gegangen. Ja, ne... Was ist das für ein Operator? Ey Junge, ich habe von den ganzen Sachen nicht so wenig erst gesehen. Ich weiß auch nicht, wie die heißen. Ich kenne diesen Sorper-Load gar nicht. Was ist das? Keine Ahnung, man. Deadlock ist so eine... Eine Frau. Und der Crispy Bacon ist ein Mann. Ach, Iso heißt der. Okay. Ich weiß doch auch nicht. Iso und Deadlock. Alles klar. Wann hattest du das letzte Mal so ein Iso-Drink? Oh Bruder, das ist ja... Das anlockt gerade so krasse Kindheits-Memories. Ja, ja, ja. Vom Fußball immer. Ach Bro, keine Ahnung. Ist ewig her. Jahre. Und du? Ähm... Ich glaube... So lange ist es gar nicht her. Ich glaube in den letzten Jahren auf jeden Fall irgendwann. Hallo Guys! Hey! Your Mic. My Mic? Was? Hört sich das gut an? Oder sagt er gerade, hört sich scheiße an? Weiß es. Ich hab... Weiß es nicht. Äh... Schuhe SM7B. Hahaha. Zimbabon? Junge, die hören sich alle an. Ich geh mal mit Ohren. What do we do? What do we do? What's the panic? Oh Gott, der kriegt Panik. Do not panic. We have come down. We have come down. All weapons. All weapons. Ach gut. Aber ich hab halt keine Ahnung von wo die kommen können. Ja. Es... Äh... Wo bist du? Ach du hast den Zweikant bist. Alleine? Ja. Warte ich... Warte ich... Ja. Warte ich... Warte ich... Warte ich... Ja. Es war B. Grenade! Es wurde dann... Es ist hier... Es ist NIE MIDE! Es gibt dir ein bisschen Feuerschutz. Ja... Ja. Habe ich... Es ist mein Planeten! Sie droppt! 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 Jetzt hier? Sie ist runtergejobbt. Sie kommt jetzt. Klingen wir hin. Oh mein Gott. Super stärzig. Let's fucking go. Ey, high five! Ey, GG's! So, warte. Nehme ich jetzt Wendel? Was kauft man jetzt? Ähm... Also ich kaufe meistens diese Spectre. Hä, ist der nicht ohne Scheiße? Nennen die die Stinger. Stinger, Bro. Ja, die kaufen alle, die machen Half-Buy, ne? Ja, ja. Okay, dann mach ich auch Half-Buy. Half-Buy. Haha, Leon, ey. Leon überfordert mit den Fachbegriffen. Ja, ja. Half-Buy. Genau. Warum liegt der Spike noch im Spawn? Ja, weil die alle keinen Bock haben, den Spike mitzunehmen. Ach, Bro. Ja, wir sind alleine auf A ohne Spike. Oh, lecker. Ich hab den Spike. Gut. Ihr seid so... Ihr seid solche Ledis. Wirklich. Ja, guck mal. Easy, 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 easy. Ich vergesse die ganze Zeit, dass man ja auch Fähigkeiten kaufen kann. Ja, ja. Ich bleib noch mal. Alter, ich hab so viele Punkte jetzt schon. Flawless. Ich hab noch nicht mein Geld angesehen. Hahaha. Ziggy. Das macht doch nix. So, kauf... Upgradet man jetzt? Oder wie macht... Was macht man jetzt? Nein, 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 du behältst. Ich behalte, ne? Ja, ja, ja. Okay, dann hol ich mir jetzt ein Stim. Ich versteh doch jetzt nicht, warum redet er jetzt Französisch, Alter. Ich versteh nicht. Ich versteh nicht. Ich versteh nicht. Sorry, I only speak German. Oh, du alte Scheiße. Ey. Hey. 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 War das nicht so, dass die oben auch hier auf die Mauer kommen? Ja, ne? Ja, ja, ja. Also wenn, also nicht alle. Aber... Also... Oh shit, was ist das? Was ist das? Was ist das? Okay, wir haben's gemufft. Alles gut. Wir beide einfach nur richtig Panik. Was ist das? Okay, drauf. Nix, nix. Habe ich, habe ich, habe ich. Okay, alles gut. Ha! Digga, ich hab grad oben auf die fucking Map geguckt und war so, okay, okay, okay. Scheiße. Ja, mach doch nix. Alles gut, jetzt haben wir ja erst Waffen. Also ich muss sagen, ich glaube, ich würde die leise stellen. Also leise ja vor allem. Die sind mir nämlich ein bisschen zu ärftig. Ja, ja, schon. Die... Ich stell die ein bisschen leiser erstmal. Mach mal, mach mal. Du kannst mir ja sagen, wenn ihr irgendwas Gehaltfurtes sagen. Nur der eine hat mir grad so ins Ohr geschrien. Das war ein bisschen viel für mich. Da hab ich fast gebrochen. Ich find's voll krass, dass man die Fähigkeiten über die Runden verhält anscheinend. Oder? Äh, jajaja. Komm, komm, lass, go! Ah! Hab dich, hab dich, hab dich, hab dich, hab dich, hab dich. Wir haben so geteamd, so... Reloading. Komm, rein! Reloading. Hab ich jetzt was von unserem Map? Das weiß ich nicht. Ich weiß, dass ich... Ich bin mir doch auch nicht sicher, Leon. Kannst doch jetzt nicht erwarten, dass ich hier alles weiß. Hör mal. Beide, oder? Oh! T-spawn, T-spawn, T-spawn. Ja. Beide, 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 Beide. Weide, Beide, Beide, Beide. Wir haben wohl noch nicht geplant. Jaja, nur Rayna ist noch übrig. Oben muss planten. Weide, Beide, 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 Beide. Ja, guck mal. Von wegen, äh, das kriegen wir nicht hin, ne? Ich hab überlebt. Ja, Junge, der malt einfach different jemanden. Das bin ich sehend. Ah, ça va. So. Warte kurz. Aber ist, ist die Wendel immer noch so der Way to go, ja, ne? Ich hab sogar noch ein Ziel von der Wendel. Warte, warte kurz. Ähm. Vielleicht kriegen wir dann ein bisschen Kommunikation hin. Ich hab gefragt, ob wir einen schönen Tag hatten. Boah, dicker. Warte. 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 Warte vor Riesel, warte vor Riesel, okay. Der andere geht auf B wahrscheinlich. Wollen sie? Was? Ich denke, der eine heißt Keckstange, Kicks. Irgendwas. B... Ja, okay, klar. Der Cheech ist, der Cheech ist zwar. Ja, das ist äh... So, jetzt, pass mal auf, jetzt spiel ich aber richtig. Der hat mich grad so frech weggeholt. Der Bray. So, ich kann ja Halfbein machen. So Leute, schreibt gern Tipps und trägst in die Kommentare. Ich muss mal meine Dings hier nutzen, ne? Ich hab ja noch meinen Q, stimmt. Meinen Molly, okay. Ich hab meine Ulti auch ready, theoretisch. Wenn du mir irgendwas geiles markierst. Ja, mach ich. Wenn du mir was geiles markierst, dann kann ich, ne? Klaro. Galma, Galma. Galma? Ja, das ist glaub ich portugiesisch oder so. Ja, der cheatet, der cheatet. 100 pro. Zopperlokschmied. Okay, okay. Er drückt mich die ganze Zeit in 1. Also er cheatet nicht, aber er ist besser als ich. Deshalb cheatet er. Aber ich hab Rayna weggeholt. Sehr gut, sehr gut. Ich würde auch gern Q. Jetzt werd ich greedy. Wie du mit deinem 3 von mir. Guck mal, siehst du da hoch, hat sie nicht gerafft jetzt, dass ich hier bin. Ja, guck. Ja, guck. 100 pro Cheats. 108 hat sie. 100 pro Cheats. Ich wusste doch, dass du da bist. Die weiß direkt wo alle sind. Aber die Runde haben wir. Easy. Was meines ist? Nehmen wir mit. Ich stehe 032. Egal. Oh, jetzt hab ich kein Schild, oder? Ne. Hä? Oh, ich bin leichtes. Wenn ich einen Headshot kriege, dann sind die ja eh. Wär egal. Junge, was hab ich hier für Sticker? Guck mal, Leon. Greich. Du bist ein sehr guter Spieler. S'il vous plait, aidez-moi. Was hast du gesagt? Ich hab gesagt, das ist ein sehr guter Spieler. Bitte helft uns. Sehr gerne schreien. Ja, sehr schön. Sehr gutes Ausdruck. Wie gut das ist. Weißt du, wenn man miteinander kommunizieren kann. Okay, okay. Ab ihn, ab ihn, ab ihn. Rauf, 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 rauf. Ja, hier ist Feuer, hier ist Feuer. Rauf, 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 rauf. Aua, Schade, komm. Sehr schön. Sehr schön. Der DG drin ist noch da. Nur noch Cheater. Nur noch Cheater. Aber auch die machen wir weg. Nur noch Cheater. Ja, ja, ja. Safe von unten. Kapps. Ja, cheated. Die sind jetzt schon? Ja, cheated. Ja, good job, hey. One double. One double. Oui, oui. Es ist mir ein bonjour. Wenn das Spiel nicht funktioniert, call an Audible. Schade. Let's go. Guck mal, ich spiel ewig keinen Valorant und schon rasier ich ihn trotzdem noch rein. Ehrlich, du, ist crazy. Hättest du Rainer genommen, würdest du das ganze Ding und Karin nicht sagen, wie es ist. Ist Rainer so krass? Warte, ist das nicht, die kann doch die ganze Zeit nur blenden, oder? Nee, selbst, sobald du einen killst, kannst du dich heilen. Oh, ja, okay. Das ist schon krass. Happy get here. Nur zweimal die Runde, aber das ist Rainer. Ich hab noch meine Ulti, ne? Ich muss sie jetzt mal einsetzen, sonst... Setz sie da ein! Boah! Hab ich Schaden gemacht, sag ich wie es ist. Hör auf! Unser Spike ist wieder irgendwo. Ja, ja, ja. Ich glaube auch die pushen tatsächlich gleich hier. Sie hat geultet auf den Spike, oder was? Nee. Hä? Was sind das für Geräusche? Was sind das für Geräusche? Ich weiß nicht. Nice! Von wo? Äh... Muss ja hier gewesen sein, ne? Die letzte war Mitte, beim Spike. Die letzte war beim Spike in der Mitte. Da. Da, Digga. Ja, hier. Scheiße. Hat mich abgeaimt. Cheated. Tja. Oha! Ich kannte den Spot nicht mal, wo er drauf stand, dass man da stehen kann. Stark. Digga, aber das verflückst du an diesem Spiel, ne? Weil du kannst da Dinge machen in diesem Game. Ja, ja, die sind... Ja, ja, ja. Das ist besonders. Das ist total versorgen. So, pass mal auf. Ich zeig dir jetzt mal... Ich zeig dir jetzt mal den Half-Buy von... Ich zeig dir mal was. Okay? Aber... Ja. Herzlich willkommen, Freunde, zu einem YouTube-Short. Ähm... Heute zeig ich euch, wie ihr in Valorant mit einem Half-Buy jeden Mal so in der Mitte einen Headshot holt. Und dann auch einen Fortnite-Tanz flext. So. Wir gehen hier einfach lang. Einen rein. Oh. Warte, wir gehen hier durch. Wir gehen auch noch hier durch. Oh, hier ist ne Box. Warte. Und jetzt... Warte. 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 Oh, boah. Naja, macht ja nix. Digga, meine Aim-Down-Side-Dings ist ja insane. Warte mal. Ähm... Remember to talk to each other out there. We communicate. We win. Controls, Equipment, Interface, ne General. Hier. Multiplier. R mal zwei. Digga, das war ja schrecklich gerade. Meine, meine... War alles... Naja. Ist doch egal. Äh, ich nehm wieder Wände. Passt schon. Scheiße, Digga. Ich snipe jetzt. Du snipest. Ich mach jetzt das, was du nicht schaffen konntest. Watch and learn. Okay. Okay. Wenn du das sagst. Okay. Ja. Sag ich. No Distraction. Come on, let's go. No Distraction. Watch your eyes. Was war das für ein Geräusch? Ich hab... Ich weiß doch auch nicht. Ja. Ich hab den Spike. Ich hab den Spike. Wir machen jetzt weiter. Einer sagt von... Von hinten. B ist komplett... Ja ja, B ist komplett für sonstiges. B. 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 Wölkis Tier züchtet der Imker. Oh, oh. Oh, oh. Ich wusste, er kommt von hinten. Ja, aber ich hab ihn... Ich hab ihn einmal gehüttet. jetzt macht er auch noch jetzt macht er auch noch ich kann ja einfach was anfragen bitte kauf mir was bitte nice camping skills ich hab ich will zocken ja dann nehme ich die hier der kam ich früher auch ganz gut klar oh mein gott was macht sie für verrückte sachen mit der guardian habe ich echt viel okay aber was macht man jetzt verschwindet irgendwann die wand von sage ja ja aber du kannst du auch kaputt schießen naja will ich ja nicht ich krieg so auf die fresse ich krieg so auf die fresse ja was soll ich denn sagen diese wafer macht einfach alles lang macht einfach alles one shot weg ich spiel wirklich zu wenig shooter momentan er ist tot er ist tot er ist tot ja ja er hat gar keine chance ja er ist tot oh die ist aber besser viel viel besser man klatsch klatsch keine lust mehr gegen wiper zu spielen können wir nicht die gegner im gegner team ja 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 pass mal auf hä so wir machen das jetzt boah tika hol dir hol dir noch die shorty hol dir die shorty du musst dir oh was ich Elle is mein82 sie ich habe gerade herausgefunden warum mein scope so langsam wurde warum ist das langsam ne ne alles aber hast du im scope die du ist nicht so nein 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 nein일 DA die scheiße aus dem leib von dem okay ich gebe jetzt dem einen headshot pass das auch 3,2,1 Ah ja, da ist interessant. Safe, Viper gleich von hinten. Jaja, klar. Oh, links. Da ist ein Headshot drin. Nein, nein, nein. Kein Fall. Nichts Viper ist offside. No-scope durch die Smog. GG's. Okay. Viper gleich von hinten. Nein, nein, ist offside. Die kommt nicht von hinten. Du hast den Zweig. Oh, ich sag so. Oh, siehst du? Ich sag doch, wir schneiden die Scheiße aus dem Leib von denen. Vasilia Bütze. Vasilia Bütze. Ah! Wie ich immer gesagt hab. Ja, aber ich marschel. Mitte, 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 Mitte. Aimt rein. Ich hab Viper geheadshottet. Ich hab Viper gekillt. Was? Ja, aber mit dem Headshot. Okay, okay. Gibt der Marschel? Hä? Ja! Okay, ich sag ja, man muss nur beliebt. GG easy, sag ich dazu. Wir fühlen sogar so. Natürlich fühlen wir. Was denkst du denn? Alter, let's fucking go. Das war viel zu einfach. Jaja, das war echt easy. Viel zu einfach. Wir haben die Runde verloren, aber wir haben die Leute... Weißt du, wir haben den Krieg verloren, aber die Schlacht gewonnen. Weißt du, was ich mein? Hm. Hm. Breach. 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 Ich hab viel zu wenig meine Sachen eingesetzt, Mann. Ich bin richtig schlechter Brim. Brim. Brimstone! Heißt du? I swear! Auf mal die Shorty. Nein. Komm her. Doch, komm her. Kauf die Shorty und komm her. Kauf die Shorty und komm her. Warum? Nein! Was willst du denn mit der Shorty? Komm mit. Ich zeig dir, was sie kann. Oh Gott, da sind drei Leute. Gotcha. Jetzt ist die Shorty gejagt, wird sie gekillt. Nein! Ich hab zwei Leute geholt. Opfer. Toka, Opfer, Mordtag, Combat, Vollkontakt, alle Omba, komm ran. Ja, scheiß auf Viper. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Ah, merci. Thanks. Warum kannst du das? Ach so, du hast ja mal Französisch gelernt. Also, ja. Nennen wir es so. Oh, shit. Ey, Bro, bitte defuse einfach, sonst muss ich dich kicken. So. Ja, ich hab zwei Leute geholt, Leon. Wie sieht es bei dir aus? Ich hab, ähm... Ich hab, ähm... War nicht die Judge so richtig ehrenlos? Die war geisteskrankt, ja. Wollen wir Judgen? Na, ich mach mal die Safety-Variante mit Respekt drin. Komm mal mit, komm mal. Komm mal mit. Ja, warte, ich mach die Smokes rein. Ne, warte, ich mach dir dieses C auf den Boden. Smoked in Entrance. Und dann rush ich da mit der Judge rein in die Smoke und warte, ob die weiß mich rein. Ja, ja, warte, 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 mach ich. Okay. Okay. Ja, ja, und rein. Let's go, let's go, let's go. Die schießen einfach nur rein. Ah! Ja, ich... Ich muss hier warten. Ich war vorne, geb ich tot. Ja, 19, die Viper mal wieder. Die Viper ist es wieder. Ja. Ja, easy, easy mein Assists. Das war alles Wege. Ja, Sebastian. Das ist der Weg. Gut. Hör nicht auf das, was sie sagen. Ne, natürlich nicht. Oh, ne, vor hinten. Oh, Gott. Ja, okay, Keks, Arsch. Die sollen mal aufhören zu labern. Die sollen es besser machen. Süd, Kelleröhr. Ich glaub, das heißt sowas wie... Okay. Was nehm ich ihn jetzt für ne Waffe? Äh, Marshall, wir snipen. Gut. Natürlich. Äh, Marshall. Tatsächlich. Oh, ich hab fast gekotzt. Naja. Aber es schmeckt eigentlich immer ganz gern, wenn man vorher was Gutes getrunken hat, oder? Mhm. Leon, verlässt du mich hier? Ne, ich bleib hier. Würde mir niemals einfallen, sowas. Ich glaub, aber die sind doch weh. Ich geh jetzt. Ja, ich komm auch. Pass mal auf jetzt. Wir holen das, wir holen das. Wir holen das. Ja. Nee. Ja, wir sind auf A wahrscheinlich. Ach, hör auf jetzt. Das ist unfair. Das ist wirklich unfair. Ich zieh, ich zieh, ich zieh. Ja. Toll, Leon. Toll, wirklich. Was? Warum? Hä? Toll, Leon. Oben, oben, oben. Hinter dir. Oben. 85. Ist nur noch sie. 85 Damage. Ich weiß nicht. Äh, 80. Äh, 80. Äh, 80. Äh, 80. Äh, 80. Was? 4, äh, 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 ne? Ja, weiß du, zählen. Das ist ganz kritisch. Wir sind bereit. 3 zu 11, Leon, Alter. Let's go. So, Leon, pass mal auf. Piste, ja. Piste... Ähm. Outlaw, oder? Outlaw? Nee. Oder? B-Wool, B-Wool. Nee, ich mach jetzt, ich mach mal wieder Wendel. Ich mach jetzt mal richtig hier Try-Hard-Action. Nochmal. Okay, okay. Ich hab jetzt auch meine Ulti. B-Wool, B-Wool, B-Wool. Das ist kein Competitive, by the way. Also... Ja, ich weiß. Kann ich auch nicht mehr spielen. Nee, 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 nicht, nicht, nicht an Dichtlichen. Doch, doch, kannst du. Halt. Baby, Fade. Sorry. Molly! Someone speak! Ich hab jetzt wirklich... Mitte ist was? Pass auf, hinter den Faden. Open up the sky! Boah, hast du mich erschrocken, Mann. Ah! Von hinten! Ah! Scheiße! Da liegt ein Ausdruck. Nee, ich bin tot. Alles gut. Ja, mach doch nix. Warte. It's... 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 Ey... Ich sag die ganze... Ich sag die ganze Zeit nichts und dann irgendwann so... It's... Ey... Scheiße, Alter. Ich können wir 9 Siegen führen. Ich steh 3,0,5. Ey, unsere... Unsere Mates raffen halt was, ne? Das ist das Schöne, halt. Ich spiel nur Marshall. Obwohl ich kein Aim hab. Und wir gewinnen trotzdem. Ich kann das machen, was ich will. Äh, Will. Ich spiel jetzt mal Sheriff, Alter. Ich spiel Shera. Was hat er gesagt? Ach, wer hat gesagt, ich soll Tutorial kommen. Guck doch mal ein Tutorial, wie sieht's aus. Wär doch vielleicht mal sinnvoll. Das wär doch vielleicht mal gar nicht schlecht. Ich spiel. Einer ist Mitte. Ja, es ist schon geplantet. Mhm. Oh, jetzt ist der wirklich Mitte gepusht oder was, Alter? Ey, das gibt's doch nicht. Oh, scheiße. Protect me! Protect me! Hier! Was sind das für Sachen? It's Bi! It's Bi, Bro! So. Ja, der läuft bis jetzt grad nicht. Du musst ihn marshalen. Ja gut, dann Marshal-Time, wa? Ja, ja. I guess. Das Ding ist, ich... Ein bisschen was kann ich ja auch mit der, also... Ich geh mal in die... Deswegen. Ein bisschen Aim hat man ja auch dann, ne? Ja, klar. Auf jeden Fall. Ich probier's mal. Let's go! Mhm. Mit Gemütlichkeit. Mhm. Ne? Und? Was? Ne, hat geleckt. Digga, Crispy Bacon macht alles weg grade. Ja, die cheaten doch! Jetzt... Meine Zeit ist gekommen. Schade, Dion. Hör, was ist denn da oben los? Die Wand... Die Wand geht einfach oben bis... Ist da oben? Ne, ich glaub... Ich muss jetzt tryharden. Ich leh mich jetzt nach vorne. Die Cap geht ab. Hör mir mal zu. Ne, pass mal auf. Nein, hör auf. Pass mal auf. Ich tue mich. Nein. So, Liam, pass mal auf. Ich mach jetzt Arbeit. Ich mach jetzt Arbeit. Ich spiel jetzt, als wär's das World Cup Final. Nein. 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 Oh Gott. Auf B kommt was. Oh, ich bin so gut. Hey. Ich bin nicht gut. Ich bin nicht gut. Oh Gott. Tot. Jet ist richtig low. Ja, das ist jetzt nicht. Digga, ich hab so keinen Schnitt. Jünger, vor allem du kommst auf mich zu und sagst so, oh, macht richtig Bock momentan. Weißt du, das Ding ist, ich glaub ich hab in meinem Leben noch nicht gegen Emerald-Spieler gespielt. Und dann spiel ich ein Spiel mit dir. Und die Gegner sind alle Platin oder besser. Ja. Ey, weißt du, dass ich grad die Jet nicht geholt hab, war aber auch frech. Okay, ich versuch noch mal was. Weißt du, das ist so, als würde ich... Ja, ich should know. Let's mit atmen. Die sind so frustriert. Die sind so frustriert, ey. Please. Guck mal, das ist so, als würde ich zu dir sagen, lass uns FIFA spielen. Ja, und dann spiel ich nur gegen Soranglis im Platz 1. Aber es macht trotzdem Spaß, weißt du, wie ich mein? Man muss einfach sein Spaß im Spielen finden. Ohne gut zu sein. Wie du da stehst. Mit deiner Feuermachen da. Ja, ich bin bereit, ich bin bereit. Mit meiner Feuermachen. Ja, ja, ja. Nein, nein, nein. Gibt's was an? Nein, nein. Oh, bleib noch bei mir. Oh, bleib noch bei mir. Spike planted. Sind die denn auch B hinter mir? Ja, ja, B ist geplant. Ja, oben macht der jetzt eh Krach. Ob ich jetzt hier... Nein. Hier oben mit. Enemy down. Hab sie fast getötet. One enemy remaining. You got this, you got this. Die is low, die is low. Zauber. Mein Assist. Wie? 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 Hä? Hä? Wie macht man das? Wie defused, man? Wie defused, man? Mann. Ich hab F gedrückt gehalten. Es ging nicht. Dann hab ich E gedrückt. Dann war mein scheiß Brimdings raus, Junge. Hä? Da stand ja nicht mal was. Warte mal. Actions. Mit vier. Mit vier! Mit vier! Wie so defused, man? Mit vier! Mit vier, Alter! Mit vier, Alter! Ich hasse das alles nicht. Wer kam auf diese beschissene Idee bei Riot Games? Lass mal mit vier defused. Ich bin alleine. Leon, wer kam auf diese dumme Idee? Ähm. Ich weiß. Sonst selber nicht. Mit... Weißt du, die saßen das und waren so, okay. Diffuse. Diffuse. Ja, packen wir es auf F8. Digga, irgendwo... Packen wir es auf... Machen wir es so, dass die Spieler sich einen Joystick kaufen müssen. Und damit nur defusen können. Damit machen wir gleichzeitig noch Geld. Let's go. Okay, ja. Is my bad. Is my bad. Is so nicht diese Runde auch schon mal den Spike geplantet? Ja, aber... Aber... Ja, aber... Trotzdem. Ich mein, what the fuck. Scheiße. Hab ich noch nicht gehört, ey. Scheiße. Hab ich noch nicht gehört, ey. Scheiße. Ich hab keine Nades. Oh, jetzt kommen sie. Pass auf die Judge. Alles gut, alles gut. Die andere ist da oben. Ja, ja, komm mal. Fucking 4 zum defusen. Ich scheiß mich ein, alter. 4! Oh, ne. Hör doch auf. Die andere ist hier. Oh, neben dir links. Direkt da. Ja, warte. Tschüss. Warte, warte. Wir machen das zusammen. Ich geh als bait rein. Warte kurz. Geh du links. Dann gehst du sie. Ja, wir haben keine Zeit. Ja. Warte, ich geh rein als bait, dann weißt du wo sie ist. Oh, Schlag. Jetzt defuse. Ja, mit 4. Ja. Troll, troll, troll. Den die Füßen haben. ich weiß es auch nicht man ich bin erster die soll mal ihre fresse halten alter soll mal ihre scheiß fresse halten wirklich wirklich die sollen die fresse halten ja was denn die sind easy die gegner die sind wirklich ja nicht so schlecht aber auch nicht so gut so eine scheiße wirklich vier das wäre so geiler klatsch gewesen so eine enttäuschung also ja oben alter das gibt es nicht wie hat das überlebt ich habe vier schüsse überlebt was anders als auf die füße schießen vier schüsse zwei körper zwei in die füße meine fresse wie viel leben und wie hatte das jetzt gefallen ich hatte echt viel spaß gibt es eine kurze runde du es gibt so viele neue spielmodi die ich überhaupt gar keine ahnung was es ist es gibt swift play es gibt es ist das 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 ist ja abfahrt weil wir haben noch 20 minuten machen wir noch ein kurzes spiel hinterher digga was eine scheiße vier jetzt jetzt spiel ich auch richtig okay vier lion vier ja legst du darauf drei digga warum machen wir das nicht auf f hat man auf f irgendwas anderes irgendwelche abijah ablernen wie viele ablöst äh 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 ne nur using also usen halt also türen und sowas ja hä legit die beschreibung von diffusen benutzen ja gehst zum spike und legst f warum vier aber es hat sogar den namen diffuse drin use the fuse weiß ja eben Weißt du, was ich mein? Mein Gott, ist das nervig. Also, ne, Leute, also das ist ... So, jetzt reicht's mir. Insta-Lok. Hahaha. Insta-Lok-Rainer-Abfahrt. Ah, geil. Gut, gut. Schoki14. Hallo! Hallo, Schoki! Ach nee, ach so, Schok. Ja, ich dachte Schoki. Ich dachte, ich denke auch Schoki. Hallo, Freunde! Schok wär ja ohne C, oder? Es muss ja deutsch sein. Die antworten alle nicht. Hallo? Hahaha, Digger. Was für ein Server ist denn das hier? Ich hab's einmal auf dem polnischen Server gespielt, also der hat mich da halt hingeroutet, und dann waren's halt wirklich alles Polen. Und das war ne interessante Runde. Hahaha, ja, weiß ich nicht. Ja, mal gucken. Ich glaub, ne Viertelstunde reicht nicht, ne? Wir spielen einfach mal. Keine Ahnung, first to five, I don't know. Okay, die sind Gold, Diamond. Ja, okay. Das siehst du mal, das ist doch schön. Wo sind wir? London. Ja, okay, aber das ist ja Englisch. Da müssen die uns ja eigentlich verstehen. Weißt du, wie ich mein? London? Also. Ist der Server, ja. Achso, ja, Swift Play London. Bind kenn ich sogar, die Map. Ja, die ist scheiße. Da ist schon wieder diese komische... Deadlock? Ja. Uhu. Uhu, au. Ja. Was eine scheiße, Alter. Wirklich. Vier. Lief doch aber gut, eigentlich. Na, wir haben verloren. Hättest du das mal... Hättest du den Diffuse-Tammer gefunden? Ich hätt's dir halt doch einfach sagen können, aber... Die Namen von denen sind auch solche Valorant-Namen, ne? Remy, Nova... Remy... Nova... Mami ist schon. Auch Nyxia an unserem Team. Das ist so ein richtiger Gamer-Name. Hello, can you talk? Warte, du bist so nervig. Hello? Hello? My name, Lion. Like the Lion. Haha. Ah, du bist die Arena. Natürlich. Es wird performt hier. Oh, Sedge. Ich bin fast tot. Alles gut, easy. Dies links. Ah! Elbow. Das ist Elbow, ne? Ja, ich Elbow. Yeah. Maybe? Er plant's a spike. Thanks. Teleporter ist an. Achso, die sind tot. Easy. Hm. Ah, Z-Wend. Ah, ich... Hi, äh, guys. I'm Z-Wend. Ich bin Jet main in Valorant. Und das ist mein Leben. Ich wache morgens auf. Da baller ich mir erstmal ein Level ab in mein Maul. Ähm, ja, und dann beginnt eigentlich schon mein Training. Ne? Als Jet, äh, muss man auch... Go, go, go! Am Ball bleiben, weißt du, Digga? Willst du uns mal kurz seine, ähm, Trainings-Befoten präsentieren? Naja. Haha, okay. Gar kein Bock. Kat Siz. Woah. Ah! Was ist das für... Was ist das? At the end side. Was h residiert? Auf was schieß ich da? Ja. Ich bin tot, Ted Wendt ist wieder da. Sehr schön, Leon. Sehr schön. Genau, Weizler. Sehr schön. Nimm den Drachen. Ja, na ja. Wir haben noch Kommunikations. If we talk, it's easier. Shut the fuck up. If we talk, it's easier. Shut up. So, ich meine es zu be the mean. Ich bin so richtig gehammelt, ey. Ah, Ted Wendt. Arschloch. Ich hasse Ted Wendt. Das ist so ein richtiger Valorant-Spieler. Ich würde den echt gerne mal, also nichts an, nichts, also nichts gegen euch Valorant-Spieler, ne, aber in meinem Kopf sehe ich immer nur dieses dumme Gesicht von Jed und dann soll Namen wie Ted Wendt. Warum das Ted davor, hm? Warum? Warum nicht einfach Wendt? Wäre viel cooler. Und wenn er Sven heißt? Und wenn er die innovative Nase legen wollte? Sven? Vielleicht heißt es auch, wie cool wäre es, wenn du dich einfach Wendt nennen würdest? Aber den gab es wahrscheinlich schon, weißt du? Ja, dann überlegt man sich irgendwas anderes. Wendt mit T und eine Zahl dahinter. Oh, nee! Ted Wendt. Glaubst du, weißt du, und dann fragt dich, ey, hast du noch einen Top? Ja, mein Name ist Ted Wendt. Oder, noch besser, X, äh, Nyxia mit Y und X. Bastardkinder. Ich weiß auch nicht, warum ich so sauer bin. Hier, nimm mal den Spike-Wendt hoch. Nee, ich mach jetzt Dinge. Pass mal auf. Mach mal. Ich warste so hart, ne? Oh, stark. Mami, ich fühl's tot. Ah, Nova! Nova ist los. Okay, okay. Ist Nova die Zed-Jump? Ja. Oh. Ja, er ist fucking low. Gut. Oh, Zed Wendt ist oben mit nem Operator. Töte bitte, Zed Wendt. Zed Wendt ist oben im Fenster. Ja, hat ein paar Hits. Es ist jetzt du gegen Zed Wendt. Du gegen den englischen Meisterspieler Zed Wendt. Alles gut, alles gut, alles gut. Ich glaub, der ist recht. Ja. Kann man so ein Arschloch sein wie Zed Wendt? Ich würd gern mal wissen, wie viel Spielzeuger herrscht. Wie viel Spielzeuger herrscht ihr? Okay, guys. I know it looks not... Please, shut up. Oh, gut. But I know in our hearts we can... We can turn this around, yes. It is possible still. Let's do this. Oh, Mann, nee. Lass gut sein. Was ist das denn, Junge? Was ist denn mit Zed Wendt? Zed Wendt ist grad... Ich weiß auch nicht. Zed Wendt hat's grad erwischt. Jetzt Pause. Lass gut sein. Scheiße. Aber kommen die wirklich alle B? Ja, scheint so, ne? Ja, scheint so, ne? Ja. Oh, der ist durch den T-Porter. Beide T-Porter. Er rennt weg. Den hab ich gleich. Den sind wir loben. Du kamen der her. Aus der Ecke. Wer soll. Ich stell mir grad vor, wie du gerade so privat jeden Tag zu Hause sitzt und genau so die ganze Zeit Valorant-Socks. See, guys! I'm so proud of you! Das Ding ist, es ist halt so gut, weil die Valorant-Community ist, glaube ich, mit so einer der Toxischsten, die es gibt. Ja, ja, auf jeden Fall. Und du musst einfach nur genau das sagen, was die Leute nicht hören wollen. Check out my YouTube-Channel! I make Valorant, let's... Ja, I make YouTube-Videos and Streams on Valorant. Kommen die alle B jetzt? Äh, A? A? Ich glaube, ja. Sieht so aus. Mhm. Sehr schön, Dion, sehr schön. Junge, Z-Wend hat's so auf die Fresse gekriegt. Aua! Z-Wend ist so low. Z-Wend und Killjoy, beide low. Okay, okay. Ah, gut, es sind vier Leute, ne? Z-Wend, bitte hol noch Z-Wend. Oh, nee. Oh, Digga! Hier ist Z-Wend. Wie viel hast du hier gemacht? Wie viel hast du hier gemacht? Sie macht 52. Oh, Digga. Scheiße. Okay. Matchpoint. Hör auf. Go, go, go. Sorry. Ears still reach. Ist mir peinlich. Okay, guys. This is not problem. Nee, konzentriert now. Yes. Why are you shooting? Please stop. My ears. My ears hurt now. Stop. Please. Shoki is really mad. Ah, Shoki. Shoki, stop. I am your mate. Still inside. Okay, bit. Jonas over. You're dead. Okay, oh shit. Ich glaub, der treu... Ich muss ehrlich sagen, ich kann ums Verrecken nicht verstehen, warum man Valorant gerne zockt. Also so richtig grindy gut werden in dem Game. Ist doch schon gut. Nee, aber warum will man das? Sind die grad geportet? Ja. Ja, ich glaub schon. Ich check's nicht. Das ist so nervig, das Spiel. Ich kann mir nichts Nerviges vorstellen als so'n Z-Wend mit diesem dummen Jetskin, wie der die ganze Zeit durch die Gegend springt. Und dich am besten noch mit seinen Scheißmessern holt. Okay, guys. Ich muss fahren. Okay. Naja. Ey, zwei Niederlagen. Ich würde sagen, das reicht ja noch erstmal für dieses Jahr. Ähm, mit Valorant gucken wir nächstes Jahr mal wieder vorbei. WOLTER, MvP Weitzler?! Tschüsch. Leon, guck mal! Ja, guck mal, guck mal! Wie gesagt, die Runde try´ ich wirklich. Gut, Freunde! In dem Sinne, danke Leon, dass du da dabei warst. Ey, immer gerne, nimm mal Spaß. Boah, ich hab saftige Angebote hier im Store. Geil, ich kann mir ne Axt kaufen für 20 Euro. Ja, Mann. Ich hab fast gekotzt. In dem Sinne, Freunde, schreibt gerne in den Kommentar, falls ihr mehr Valorant sehen wollt. Bitte. Also, ich muss sagen, Counter-Strike macht mir einfach mehr Spaß, aber das Spiel ist ja trotzdem gut, ne? Lasst euch nichts von mir zu sehr triggern. Gut, lass ein Like da, kommentiert. Grüße an, Seth Wendt. Grüße an, Seth Wendt. Ich hoffe, deinen PC schmiert ab. Tschüss.